also ich bin es noch mal aus lenzburg von der lenz hartburg heißt das glaube hier wie gesagt wir sind vier fahrzeuge aller anfang ist klein wir sprechen miteinander vernetzen uns real in einer realen welt nicht in der virtuellen welt finde ich persönlich ganz wichtig und die rundum leuchten werden wahrgenommen auf der autobahn manchmal haben sie auch schon gehupt unten zwei drei fahrzeuge aller anfang ist schwer und klein natürlich und wir vernetzen wir sprechen miteinander sind eine wellenlänge gibt nichts schönes trinken bierchen ich habe feldschlösschen mitgebracht und genau nächsten freitag wenn es weiter geht sind wir vielleicht schon sieben fahrzeuge wie auch immer es nur nichts tun ist no go das ist immer meine meinung mein name ist roland bauer abonniert meinen telegram kanal recherchen für aufklärung würde mich freuen sage ich jetzt immer weil in dem video kann man nicht nachvollziehen welcher telegram kanal ich betreibe deshalb recherchen für aufklärung abonniert den würde mich freuen machen wir noch mal ein paar bilder und dann gibt es vielleicht nachher noch mal ein video wir haben auch auf den pkws haben wir kerzen drauf gestellt dass man es auch wahrnimmt faktoren von meinen söhnen habe ich mitgenommen hinten hinten als symbol in meinem auto drin dass man sieht aha der ist mit dem bauern protest unterwegs super sache und da kann noch viel gerissen werden wenn man die leute mobilisiert und die anderen berufsgruppen hinzu zieht ne ja wir sind jetzt hier fünf erwachsen ein kind das mit bei und besser als nichts tun immer meine devise nur nichts tun ist no go also nichts tun ist no go so jemand schöner alter historischer traktor und ich mache nachher noch mal ein video wir genießen jetzt mal noch ein bisschen spielchen spräche miteinander vernetzen miteinander und ich melde mich nochmal